Das hier ist der Start meiner Weltreise. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Es ist allerdings keine normale Weltreise, sondern die kürzeste, die die Welt je gesehen hat. Aber das erzähle ich euch am besten ganz von vorn. Ich darf mir kein Bein brechen, da setze ich wieder ein. Genau, wir gucken mal uns das kurz an. Die Idee einer Weltreise auf Speed habe ich schon seit Jahren im Kopf. Wie das halt so ist mit Schnapsideen. Irgendwann sind sie einfach da, wie der Kopfschmerz am nächsten Tag. Untertitelung des ZDF, 2020